Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute backen wir wieder was richtig typisch schwedisches und zwar eine schwedische Mandeltorte. Ja, viele von euch kennen diese Torte vielleicht aus einem großen schwedischen Möbelhaus oder vielleicht direkt aus Schweden. Und das werden wir heute mal direkt nachbacken, so einen richtig schönen dünnen Kuchen mit Creme, mit Mandeln drauf und das Ganze ohne Mehl. Das heißt, das ist glutenfrei und wie das Ganze funktioniert und was wir dazu brauchen, das seht ihr jetzt. Und das sind die Zutaten für die Mandeltorte bzw. erstmal nur für die beiden Böden. Dafür brauchen wir Zucker, gemahlenen Mandeln und vier Eier. Die Eier müssen wir trennen und wir brauchen eine Prise Salz. Wir brauchen gleich erstmal nur das Eiweiß. Das Eigelb brauchen wir später für die Creme. Das Eigelb kommt jetzt kurz in den Kühlschrank, weil wir uns jetzt erstmal um die Böden kümmern. Den Ofen habe ich schon mal auf 175 Grad vorgeheizt und jetzt kommt hier noch eine kleine Prise Salz in das Eiweiß und dann wird das Ganze jetzt aufgeschlagen. Ihr wisst, bei Eiweiß ist immer ganz wichtig, wenn das stark geschlagen werden soll, dass der Schneebesen und der Topf und alles natürlich fettfrei ist. Der Zucker kommt jetzt ganz langsam nach und nach mit rein. Nicht alles auf einmal reinschütten, sondern nach und nach. Falls ihr euch gefragt habt, wie viel Zucker ich da jetzt rein gemacht habe, dann hier bei vier Eiern 125 Gramm Zucker. So, ich glaube, das reicht jetzt. Hat ein bisschen länger gedauert, weil es ja vier Eier waren. Und wir machen mal den Test, ob es drin bleibt. Ja. Diesen Test könnt ihr natürlich immer zu Hause machen, wenn ihr den Topf umdreht und es kommt nichts raus. In dem Fall war es zum Glück so. Dann ist das Eiweiß steib genug. Und jetzt, könnt ihr auch schon sehen, es ist eine richtig tolle Masse geworden. Und jetzt heben wir ganz vorsichtig die gemahlenen Mandeln drunter. Das mache ich am besten mit einem Teigschaber. Da habe ich mir nämlich aus meinem letzten Finnlandurlaub diesen Teigschaber mitgebracht. Und der ist doch perfekt für die schwedische Mandeltorte, oder? Wir wollen natürlich so viel Masse wie möglich haben, weil das wird gleich unser Teig für zwei dünne Böden. Es gibt andere Rezepte, die nehmen immer mehr Eier. Je mehr Eier, desto mehr oder mehr dickere Böden habt ihr natürlich. Aber ich wollte schön zwei dünne Böden haben. Jetzt kommen die gemahlenen Mandeln ganz vorsichtig mit drunter. Nicht zu doll rühren, weil dann habt ihr natürlich das ganze Fluffige, was das Eiweiß so ausmacht, weggerührt. Genauer gesagt wird das natürlich nur untergehoben. So, jetzt ist unser Teig fertig für die Mandelböden. Jetzt haben ganz viele immer gesagt, sie backen die Böden nach und nach. Das ist natürlich Zeitverschwendung. Ich möchte beide Böden gleichzeitig backen. Wie macht man das? Das kann man natürlich nur machen, wenn man zwei Backbleche hat. Und ich möchte jetzt mal einen Trick probieren und fülle einfach die Masse hier rein. Dann habe ich ungefähr den Rahmen, wie viel da rein muss. Und dann versuche ich das nochmal auf einem zweiten Blech. Und dann packe ich beide in den Ofen bei 175 Grad und hoffe, dass ich dann zwei wunderschöne dünne Böden bekomme. Aber praktisch sieht das natürlich so aus, dass ich jetzt hier die Hälfte des Teiges nehme. Das sind ungefähr, ja, diese zwei Löffel. Und dann halte ich den Ring fest und verstreiche das hier ganz vorsichtig. Denn der Teig geht nicht so auseinander. Aber ich hoffe natürlich, dass der Teig noch ein bisschen hoch geht, damit wir nicht nur so einen ganz dünnen Boden haben. Wir schauen mal, was am Ende dabei rumkommt. Und wichtig ist, dass man wirklich alles schön glatt streicht. Sonst habt ihr nachher keinen glatten Boden. So, jetzt versuche ich den hier wegzunehmen. Und ihr seht, dann habt ihr hier den schönen ersten Boden, der schön dünn. Wenn der noch ein bisschen aufgehen würde, würde ich mich natürlich sehr freuen. Jetzt noch ein bisschen hier an den Rand streichen, damit das in der Mitte nicht so dick ist. Und das machen wir jetzt noch einmal mit dem zweiten. Dann nehmen wir wieder hier als Hilfe unsere Backform. Da kommt der Teig rein. So, jetzt kommen beide Kuchen bei 175 Grad in den Ofen und wir gucken mal, wie die Böden dann aussehen. Und das Ganze ungefähr für 25 Minuten. Aber ihr könnt ja so nach 15 oder 20 Minuten schon mal gucken, wie der Boden aussieht. Denn er sollte auf gar keinen Fall verbrennen. So, und während die Böden im Ofen sind, können wir natürlich mehr was anderes machen. Und zwar brauchen wir für die Deko nachher auch 100 Gramm gehackte Mandeln. Und damit die noch mehr Aroma bekommen, werden wir die jetzt in der Pfanne ein bisschen anrösten. Dazu brauchen wir keine Butter, kein Öl, gar nichts, sondern einfach niedrige Temperatur und die Mandeln rein. Und dann duftet das vielleicht schon ganz lecker nach Mandeln. So, wie ihr jetzt sehen könnt, sind die Böden doch etwas dünner geworden, als ich gedacht habe. Aber ich wollte ja auch einen ganz dünnen Boden haben, das habe ich ganz bewusst so gemacht. Er ist nie schön geworden, das können wir alles noch ein bisschen ausgleichen, wenn wir die Creme gleich drauf geben. Und die machen wir jetzt fertig. Ja, und dann ist das Schlimmste passiert, was man sich nur vorstellen kann. Eine Kamera ist ausgefallen, aber davon lassen wir uns nicht ablenken. So, für die Creme brauchen wir 200 Milliliter Sahne, 4 Eigelb, 100 Gramm Zucker, Vanillearoma, wer möchte, und 150 Gramm weiche Butter. Und wir fangen einfach damit an, dass wir die Schlagsahne zusammen mit dem Zucker in einen kleinen Topf geben und mit dem Vanillearoma oder Vanillezucker, wie ihr mögt, und so lange rühren, bis sich alles aufgelöst hat bei mittlerer Hitze. Und wenn das der Fall ist, dann geben wir noch die Eigelbe hinzu und rühren einfach die ganze Zeit weiter, bis sich eine Creme bildet. Das Ganze muss ein bisschen andicken und das kann schon 5 bis 10 Minuten dauern. Also nicht wundern, wenn ihr die ganze Zeit rühren müsst. So, und wenn das der Fall ist, wenn die Creme angedickt ist, dann einfach in eine kleine Schüssel geben und in den Kühlschrank stellen. Denn ganz wichtig ist, dass diese Creme abkühlen muss. Sonst können wir leider nicht weitermachen. Dann im nächsten Schritt nehmen wir die Butter und schlagen die mit dem Handmixer ein bisschen schaumig und geben dann nach und nach die abgekühlte Creme dazu auf Zimmertemperatur und können dann die leckere Creme erstellen, die wir dann einfach nochmal ein bisschen in den Kühlschrank stellen zum Abkühlen und dann auf den ersten Tortenboden geben, beziehungsweise nur die Hälfte davon. Und dann kommt auch schon der zweite Boden drauf. Und ihr seht, ja, man kann da ein bisschen schummeln und ebenheiten ausgleichen mit der Creme. Ich würde euch empfehlen, den Kuchen so ein bisschen noch in den Kühlschrank zu stellen, bevor ihr den verspeist, weil dann zieht die Creme noch richtig schön durch. Noch ein bisschen dekorieren und zack, fertig ist die schwedische Mandeltorte. So schnell und einfach haben wir die schwedische Mandeltorte zubereitet und ich bin gespannt, ob euch diese Version auch so gut schmeckt. Lasst es mich gerne wissen. Ihr findet mich auf Instagram unter NordicWannabe. Wenn ihr etwas nachgekocht oder nachgebacken habt, dann verlinkt mich gerne, damit ich das mitbekomme. Und das Rezept zu diesem Kuchen findet ihr natürlich auf meinem Blog und auf Instagram. Ja, und wenn dir das alles nicht reicht, dann findest du natürlich das Rezept auch in meinem Podcast NordicFoodPorn. So, viel Spaß beim Essen und bis zum nächsten Mal.